Geht. Äh, dran geht. Kein Gebiet. Wait a minute. Und bis nix P. Und bis nix. Diese Reaktion. Wait a minute. Why do you have four kills? Und bis nix. T-Shirt, warum redest du nicht mehr? Oh, sorry. Und bis nix. Und bis nix. Wait a minute. Oh, sorry. Ich lach gerade einfach nur über diese Reaktion von ihm. Und dieses. Wait a minute. Why do you have four kills? Das ist so blöd. Das ist so blöd. Das ist so blöd. Nein! Ein AP! Warum? Warum? Lol. Unstoppable. Ich möchte anmerken, ich hab eh zweimal geskillt. Um ihn richtig abzufacken. Du weißt, echt kacke ist die schon. Ich weiß. Hast du das Dwayne Rock Johnson? Yes. Kommt auf die Lane, verliert er. Wuh! Nope. Ich möchte anmerken, der Schneeber hat mich gerade durch den Minion getroffen. Guckst du, was du hast? Bot Lane, by the way. Sweet. Yes! Indeed. Ich möchte was Swaggy. Ich möchte was Swaggies machen. Das ist cool. Swaggy Keggy, der Stolz. Immer so. So muss man, so muss man mal eine richtig epische Wand machen. Einfach so. Er hat Kraft gelegt. Jetzt hat er an mir gelegt. Obst du nur Kacke? Obst du ich, ja. Komm mal. Das hab ich nicht expected. Das hab ich nicht expected. Alter, mein Ulti hat 36 Sekunden cooldown. Was? Was? Darkness. Diese Arrows sind... ...fucking gold. Holy fuck. Von was wurde er gerade betäubt? Nash-Arrows? Ja. Ich sag halt, die Arrows sind on point. So wie damals meine alten Ash-Wolts. Ach ja. Dann hab ich nicht mal Loy gespielt. Und dann... ...konnt ich Ash nicht mehr. Ich hab jede Ash-Wolt getroffen. Ich sah nämlich schon das eine Mal, wo ich Ash gespielt habe. Die Midlane treppen wollte. Komplett verfehlt habe. Und dann die Toplane getroffen habe. Das war... das war... das war... Das war mit Abstand so ein random Moment, dass ich gar nicht vorstellen kann, wie random sich das eigentlich angefühlt hat. Komm Kumpel, engage auf mich. Auf. Okay, wir nehmen den Öffel gerade mit. Machen wir den Öffel. Er hat reingedinkst. Oh oh, help, 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 help. Warte. What? Na gut. Outplayed. Hallo. Das ist ihn. Die ganzen kleinen Punkte. Ich mag den Backpot von diesem Skin. Darf ich das anmerken? Das ist so niedlich. Das ist so fucking niedlich. Iiiiidisch. Ah. Oh mein Gott, ihre Arrows. Ist das ne AP Ash? Okay, dann ist das verdient. Nein Kill. Oh Gott. Nein. Wieso war das ein Double Kill? Ich weiß es nicht. Justice. Will be served. Oh, run. Da kommt ein Schneeball. As you wish. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Das wird auch leer. Nein, ich bin tot. Ey, ernsthaft. Ich wollte gerade ulten. Das war Bullshit. Ich glaube. Ich glaube, die Ash wollte gerade noch schon ulten. Hat aber dabei, äh. Drinnen mehr getroffen. Okay. Geil. Ich gebe dir einen Tipp, Kumpel. Wenn du in mein Feld reinklingst, bist du tot. Darkness. Fuck ich. Darkness. Oh, der hat versucht auf mich zu ulten. Ihr macht das immer so ne Viertel bis halbe Sekunde zu spät. Lass mich ane. Ah! Diese hassen die mich so. Töten lieber die Chams die wirklich broken sind. Warte, ist das APC? Nein, das ist ADC. Ich hab' gerade auf meine Eid. Ich bin, ich bin, ich bin gerade verwirrt. Back off! Bob! Was? Ich hätte den mit meinem Schneeball getroffen! Und gesteilt! Nein! Nein! Fuck! Geht gut, Casual. So ist er knapp. Okay, das verringt was drauf. Ich hoffe nicht. Wo ist sie hingezogen? Wo ist sie hingezogen? Er ist durch meine E gecharged. Wieso machen das alle? Kann es sein, dass die Leute eben mit mir gehören? Nice gem. Wieso geht der 4 eigentlich so fucking lange? Der ACV ist scheiße. Ich würde davon gar nicht getroffen werden dürfen. Also von der E an der Stelle. Und Kragas eigentlich direkt töten müssen. Escher Ruuu... Das stimmt hier. Oh, boahm. Ja, das ist halt die Phase, wo ich... Verzeig. Blö, what? What? Okay. So fucking close. Wir sind alles so low. Die Asch hat verkackt. Das ist deswegen jetzt tot. Das ist Ash. Ash fucked up. Und wir sind gut. Ja. Ist ja fertig, so geht es scheiße. Ah. Wieso hat die... Nice, Braun. Was ist das? What? Du hast ne Ulti. Den Flash. Schäm dich. Den Flash ist... Du musst das immer so sein. Den Flash ist immer der Rückzug von irgendwas anderem. Was ist das? Hast du nicht mehr als das? Wer ist da im Flame? Ich flame nicht, ich spiele Kasadin. Achso. Sorry. Das hört sich gleich an. Übrigens, Philip ist meine Legs mit dir gegangen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Denk schon. Ich weiß, meine Aura kann etwas überwältigend sein. Ich habe einen Platz auf meiner Platte beigemacht. Ich glaube, es liegt daran, dass meine Platte einfach voll läuft. Ich hatte meine Zähne. Meine SSD immer voll. Dementsprechend habe ich beschlossen, einfach Logo-Dance-Spiel zu zumeißen. Und das ist wirklich wichtig. Ich habe aber gesponnen, wie viel Platz... Platz? 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 Das ist komplett perfekt. Platz? Platz ist, du? Yeah. Ich habe keinen Legen. T-Racken. Ist das auch ein Full-Movement Speed? Ra resurge? Das sind nicht die Items, Writers Glory, Deadman's Blade, Talisman. Und er baut gerade Licht bei Lassi, weil er Jumus baut, weil er dumm ist. Ja, der baut genau das wie ich gebaut habe. Okay, Jumus gebaut. Ich geh mal kurz zu den Krux und spär den Herald ein. Penta, 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 Penta. Das ist drin, aber scheiße. Penta, Penta, Penta und die Spotlane. Fick dich. Penta, Penta, zuspringen. Wie hast du frei bekommen? Was für den letzten Patch noch? Bullshit. Unoffizieller Penta. Get reported for unofficial Penta. No Penta reportage. Jetzt krieg ich mein Schleffolek. Heute aber irgendwie ziemlich früh. Ich geh mit dir schnell. Du bist da jetzt. Und hier trock mich. Dreht doch mein Schleffolek. Wie schon. Und hier trock mich ja. Ich habe einen Rammus in der Fresse, weil er mich nicht öffnen kann. Da bist du nur an Attack Speed, what the fuck? Liegt das an Er? Liegt das an dem Eröffnung oder so? Nee, du kriegst dann deine dritte. Als Mini-Nah kriegst du Attack Speed. Und weil du Ranged bist und mehr Bonus Attack Speed bekommst, Als Ranged-Character kriegst du mit Arsch-Volk-Effekt Speed. Nein, scheiß Nocvix. Schön. Nocvix, genau. Interessanter Name. Oh, den Flash habe ich gesehen. Der war sick. Der hat die Arsch in den Damage, voll schrittig. Ich sage ja, die hat AP-Arsch falsch gebaut. Ich meine, wer baut denn bitte AP-Arsch mit fucking Benchies? Hm, nobody knows. This is not how this works. This is not how any of this works. But that's just how it is. Buff, buff. Motherfuckers. Current Forecast. What is this? Current Forecast. Chili with a moderate to high chance of violent death. Hahaha. Hahaha. Das ist noch nicht der Mann mit der Bericht. Ich finde schön, wie der Buff bei dem Buff, dass dein Healing reduziert ist einfach ist. And so it was decreed from Earth, the greatest of us, that lame sustain was to be less offensive. Mesmer. Ja, einmal Bumerang. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du hast mich gerade legit umgepasst. Du hast mich gerade gekämpft. WTF? Gott. LOL. Äh, Ash ist tot. Moment. Natürlich hab ich hingeguckt. Ja, Ramos hat durch die Ash geflasht, damit er an die Ash rankommt. Die Ash hat einfach Point Blank Ulti gedrückt. Ramos ist einfach bei 1000 HP geplatzt. Einfach so. Da sieht der Ash aus. What is this magic? I call Scripps. I call Hex. Du brauchst schon Schneeball. Ich hab Ulti. Ne, ich hab auch Ulti. Ich brauch auch keinen Schneeball. Ich kann einfach eh drücken. Ich hab 600 Movement Speed an Wenden. Die haben hier Vision. Die haben hier garantiert Vision. Das war ein interessanter Flash. Nein, was? Ja, Leute. Wenn ihr Sonne machen, verlieren wir dieses Game. Die Steam-Roll ist gerade ein bisschen hart. Und dann nochmal. Du hast einmal einen Greedy-Ranball. Gut. They just got Siebeard. He just got Siebeard as well. Gut, die Siebeard an. Das sind viele Stats. Oh nein, Ash. Du respawnst gleich. Oh, ich hätte sowas zum Next-Pack gemacht. Aber ich hätte sowas zum Next-Pack gemacht. Wer hätte überhaupt Sparing gemacht? Wer hätte überhaupt Sparing gemacht? Ich glaub. Silver. Ja. Das war ein Turret. Ja. So sehen alle Turrets im Late-Game aus, wenn der ADC Full-Item-Build hat. Und seine Schuhe verkauft hat. Die CBS-Game, denke ich. Also dann statt einfach zu finishen, springt sie in den Champ rein, den sie nicht fighten kann. Genau. Who's just like, I don't give shit. I can fucking destroy you. Das bedeutet euch ein bisschen, damit ich einen Next-Pack machen kann. Oh scheiße, die wissen, was ich einen Next-Pack machen würde. Ja! Ich sag doch, die haben der Vision. Wieso hörst du mir eigentlich nicht zu? Warum sollst du dir zuhören? Wenn ich dir sag, die haben der Vision, solltest du zuhören. Okay. Ich mach den Next-Pack hier mit dir, ne? Und? I'm on my way. Okay, let's go. Nocton kommt. Dunder kommt. Nein, das waren einfach zu viele. Die haben zu gut reagiert. Ich hätte später Ulten sagen vielleicht, aber die haben da, wie gesagt, die haben da überall Vision. Au. Nicht, sonst könnten wir da jetzt spontan reagieren drauf. Ich meine, die Siebel könnte einfach durchrennen gerade, aber, also sagen wir so, wir könnten als Team gerade durchrennen, aber wir tun's nicht. Das ist ziemlich dämlich. Und... dead. Und... dead. Ja. Und jetzt ist sie tot, weil der Einziger noch bläst ist drin bei mir und den kann sie nicht halten. Ach, warte, die Karma liegt auch noch. What? Wie sie grad gestorben? Hextech. Hextech. Achso, wow. Ja, 500 Damage, meine Freunde. Point-Click, 500 Damage als Active-Item. Das ist so retarded, dieses Ding. Na, du hast Spaß ohne Cooldown. Ja. Wie geil, wenn ich einfach über 100 Move-Speed mehr als du hab. Fade in. Wirklich, ich hab wieder Sack-Legel gefangen. Mensch, du musst wegen dem Rang-Bash. Und Spam. Back-Emolten. Ich wüsste halt gern an, dass ich gestorben bin, ne? Also... Ich bin... 800 Schaden gestorben, obwohl ich in meinem Death-Recap nicht mal... ...nicht mal... ...irgendwas in der Richtung von irgendjemandem... ...bekommen hab. Es war einfach so... ...gemacht. Cool. Bei mir hat es schöner, wenn ich meine Basic-Attack gemacht habe. Angeblich hab ich eine Basic-Attack bekommen, die Magic-Damage gemacht hat. Wegen Nash ist. Wir verlieren das halt jetzt noch, ne? Ich krieg's sicher, er ist zu target. Und... Also muss ich nicht mehr hingucken. Dass die da tot ist. Der kann da nicht rangehen. Der bringt sich um, wenn das macht. Können wir bitte beenden. Wir verlieren das, wenn die noch einmal geacet werden. Okay. Nocturne Back-Dodge. Nein! Wieso geht ihr Back? Na gut, kann er nicht spawnen. Der kann nicht Back-Dorn! Das mag ich ja. Kann's nicht. Wie hast du gedacht? Rammus. Falsche Seite. Alter! Alter, war das schnell! gestorben, die ich nicht gesehen habe, aber bei mir nicht mal der Basic Attack durchkommt. Das war ein ziemlicher Schachterfolg, das Game.